Mein Name ist Havelock, Warren B. Havelock. Ich bin Anwalt und soll in einer Mordsache vernommen werden. Ja, ja, ja. Kommen wir gleich zum Thema, Mr. Havelock. Kannten Sie einen Mann namens Lopez Silver? Lopez Silver. Lassen Sie mich nachdenken. Dieses Telegramm wurde bei ihm gefunden. Gefunden? Wie? Was soll das heißen? Lopez Silver ist tot. Er wurde gestern auf Wartelus Station erdolcht. Erdolcht. Schrecklich. Ich war's nicht. Ich auch nicht.